Wir haben eigentlich nur Schnelllichkeitsausdauer gemacht. Das war eigentlich alles falsch, was wir trainiert haben. Nach ÖFB-Trainerlehre war das alles falsch zu dieser Zeit. Aber es hat sich dann durchgesetzt. Er war da schon sehr weit. Ich glaube, dass er immer Vordenker war. Und er hat mir immer gesagt, als Trainer musst du immer schauen, wenn du Sequenzen, wenn du jetzt Spiele magst, immer Sequenzen aus dem Spiel rauszunehmen und die auch zu trainieren. Und das haben wir auch immer gemacht. Wir haben sehr viel 3 gegen 2 gespielt, 4 gegen 3. Das, was eigentlich immer wieder vorkommt im Spiel. Auch für die Verteidigung natürlich. Wir müssen auch oft im Unterzahl agieren, wie im Überzahl. Das musst du alles lernen. Und das hat er schon sehr, sehr früh erkannt. Da war er schon sehr weit.